Die leichten Fünf waren noch nie besser als in dieser Staffel. Hier sind sie. Ich weise nochmal auf die sehr leichten Regeln hin. Es sind wirklich sehr leichte Fragen, die wir hier haben. Es ist ein sehr leichtes Quiz. Die Regeln sind genauso einfach wie die Fragen. Die Regeln gehen nämlich so, ich stelle eine Frage, ihr gebt die Antwort auf euer Pad, ich kontrolliere, was eure Antwort ist. Ist die Antwort richtig? Gibt es einen Punkt? Ist die Antwort falsch? Gibt es? Kein Punkt. Die drei sind seit drei Wochen hier, sagen nichts. Du hast die erste Sendung und sagst kein Punkt. Genau so funktioniert es. Ich setze große Stücke heute auf dich. Wir schauen mal, wie groß das Potenzial hier heute ist. Wie man hier Quizmaster mäßig sagt, vielleicht seid ihr aber einfach nur ganz große Klopse. Jetzt kommt eine Aufgabe. Da müsst ihr aufpassen. Ihr dürft nur einmal ansetzen für das, was ihr jetzt machen müsst. Malt das Haus von Nikolaus in einem Zug. Oha! Also nur einmal ansetzen und wenn ihr loslasst, ist eingelockt. Wir sehen alle, Tiara übt doch trocken, das ist gut. Gut, wir haben einen Punkt. Das ist unfassbar. Wir können gehen. Ist so geil. Besser wird es nicht. Es gibt ja noch und nebenan vom Bein nach Mann. Ja, ja, ja. Ey, das erste Mal in der Geschichte dieser Staffel bei der ersten Frage der Leichenfünste. Alle einen Punkt. Ich finde, es könnte so bleiben. Sollen wir einfach sagen, das war Wer steht mit der Show für heute? Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Das spielen wir um den zweiten Punkt. Chapeau. Wer war richtig aufgeregt davor jetzt? Ich bin immer noch aufgeregt. Immer noch aufgeregt. Dann machen wir es jetzt ein wenig leichter. Nenne einen Berg in Deutschland, der über 1000 Meter hoch ist. Außer die Zugspitze. Ich lieb's mittlerweile. Wir machen die Runde zu, Tommi. Ich habe was Falsches aufgeschrieben. Ah. Ja. Gut, dass du mir das schon sagst. Was hast du aufgeschrieben? Ich habe nur Alpen aufgeschrieben, weil ich weiß, das ist ein Gebirge, aber... Aber da sind sicherlich welche dabei, die sind über 1000 Meter. Eben. Wir hätten aber gerne einen spezifischen gehabt. Leider falsch. Kein Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob es den gibt. Aber ich glaube, neben der Zugspitze gibt es in Garmisch auch... Steht's da schon? Alpspitze? Gibt's das nicht? Alpspitz? Spitze? Ich meine ja... Es gibt eine Alpspitz. Ja, was habe ich geschrieben? Spitze? Oh, ne. Gibt's auch? Ja. Beide gibt's. Aber 1000 Meter? Ja, sie ja. Nina, kurz. Ich weiß nicht, ob es so ein hoher Berg ist, aber meine Oma hat da in der Nähe gewohnt. Im Östen. Der Brocken. Der Brocken? Ja. Über 1000 Meter. Das ist richtig. Was ist hier los? Heute wird abgeliefert. Kurz. Kurz, jetzt bin ich gespannt. Brocken. Der Brocken! Oh mein Gott. Peter, was ist los? Ich freue mich für euch. Was ist los? Der Watzmann wäre auch noch richtig gewesen. Oder Hochwanner. Wer kennt ihn nicht? Klar. Ja. Klar. Da hat man einen super Ausblick, weil der so hoch ist. Auf dem Brocken muss doch immer ein Meteorologe bei Wind. Er hat dann diesen gollen Retriever in der Hand. Wenn es stürmt und schneit, dann steht immer irgendwer auf dem Brocken und sagt, ja, das ist richtig, es stürmt und schneit. Wir haben ein Symbol für euch. Und zwar dieses hier oben. Und fragen euch, was bedeutet dieses Symbol? Spotify. WLAN-Rechts. 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 Ich liebe dich so sehr. Da lang. WLAN-Dalang. WLAN-Dalang. Könnten auch vier Würstchen sein, sind es aber nicht. WLAN-Rechts. W WLAN-Rechts. WLAN-Rechts. Wer war? Auf kennst. Viele funktionieren bewahre minuses WLAN-Dalang. Was Ly Snyk-Dalang. Warte, was heißt das? Das hat man doch schon tausend Mal gesehen, ne? Das hat man schon tausend Mal gesehen, ne. Das hat man schon tausend Mal gesehen. Das kennt man. keine ahnung kurz die runde ist geschlossen wir fangen bei dir an das ist diese bezahlen ohne geld drauf halten wenn du mit dem handy wie nennt man das kontaktlos kontaktloses bezahlen wir schauen mal was du aufgeschrieben hast bezahlen ohne geld wer möchte als nächstes ich kann weil ich auf jeden fall falsch ja dann bitte aber das war ja richtig deswegen ist bei dir falsch ich habe lauter ja ich weiß wo es herrühren würde ja aber ist halt da runter ja nur darum ist lauter das ist falsch ich habe jetzt leider auch wlan aufgeschrieben aber mir war eigentlich bewusst dass das wlan symbol eigentlich anders ist anders ist ja dann muss ich auch bewusst sein dass das falsch ist das ist mir bewusst gut dass er mehr punkte als in den letzten drei wochen jetzt habe ich eine besondere aufgabe für euch und nein sie liegen nicht hier jede woche taschen bitte nicht es reicht doch ich habe taschenrechner für euch denn es kommt eine text auch nein warum denn immer zusammen war wieder bei rewe hat äpfel gekauft ich kann das nicht ich muss dazu sagen tommy gestern in der stadt getroffen und wir haben uns ein bisschen unterhalten wie geht's wie läuft wie ist die show für dich wie ist es so dann hat er gesagt er ist alles super aber wenn ihr morgen bei den leichten fünf in der mathe aufgabe macht dann gehe ich nach hause gar nicht gar nicht so gut zugehört und ne susanne diese susanne hat das an bord moment susanne sitzt an bord in der transsibirischen eisenbahn und isst äpfel pro station steigt eine freundin zu und ist mit auf der 8.299 kilometer langen fahrt essen sie acht äpfel und blätternden feuton einer zeitung pro seite schaffen sie einen apfel wie sein ernst nein hat ein gesicht ist unbezahlbar so blöd für noch transsibirien wie schreibt man für ton müssen wir mit dem taschenrechner schreiben schenke ich euch brauchen wir nicht wie schreibt man für tor aber für eure reaktion hat sich schon gelohnt ich finde das für tor schreibt man genauso wie wie es wie sich für tor anfühlt so hoch und besonders geschrieben futon oder du kannst auch futon schreiben wir aber falsch weil ich bräuchte für tor aber ich wüsste wie viele äpfel die essen 9 und wie die freundinnen heißen ich weiß es nicht ich habe so geschrieben wie ich glaube wie es ist futon dann schauen wir mal wie du glaubst du glaubst du es ist voll voll jedes oder ohne eh mal völlig fertig fertig völlig doch völlig schon völlig ohne ehne wir gucken wir gucken mal weiter guckst du einfach ich guck einfach da wir machen mal auf da bei dir guck mal das ist noch mal eine andere schreibweise ich glaube ich habe auch noch was anderes anzubieten wirklich glaube ich ich so wie sie mitbekommen eine schrift ist so wie würdest du sagen bodenlos ehrenlos das ist tatsächlich noch mal anders noch mal falscher gut hast du auch noch mal anders f e u i l l e t u n für i e was tommi und kurz haben es richtig der rest stemmt euch kurthi ja ihr beide da müssen wir nachher zum doping test mit dir da würde ich würde mich noch mal interessieren wie die urinprobe ausgewertet wurde aber richtig kurz bisher alles richtig letzte frage der leichten fünf wen brachte angeblich ein vom baum fallende apfel auf seine bahn brechende theorie zur schwerkraft und kann sogar zum pferd nachgemacht gerade kann ich das mal krebser augenpunkt ja mit ganzen namen auch spitznamen adresse telefonnummer vor auch wir denken einfach hast du ja nur nach ich habe mich zugehört okay ich habe ich schreibe noch den vornamen wenn er ihn weiß bin mir nicht sicher wie es geschrieben wird wir denken alle auf und gucken einmal wer was hat isaac newton sagt ja wie hast du geschrieben albert einstein hoffentlich richtig glaube ich sagt kurt newton sagt nina isaac newton sagt tommy damit gebe ich einen punkt tiara ein punkt tommy albert einstein sei da falsch newton kann ich nicht gelten lassen weil ich echt nicht nach vornamen gebracht aber du hast es als erstes relativ zügig aufgeschrieben war warum so klar woher weißt du es ich weiß auch nicht manche sachen die die setzen sich einfach bei mir im hirn fest und die weiß ich dann einfach auf wenn ich es nicht brauche ich weiß alles über äpfel eigentlich war das die folgefrage für susanne susanne liegt unter einem baum wird beobachtet von einem mann lassen wir das das wird sonst schädig ladies and gentlemen das waren die leichten fünf leute ich hoffe eh dass ihr die glocke abonniert habt oder wie das heißt aber wenn ihr weitere videos sehen wollt dann geht man auf diesen kanal hier unten und ansonsten habe ich auch noch den wunsch dass ihr ein abo da lasst dafür müsst ihr einfach kurz hier oben draufklicken und hier unten wenn ihr unten das eck da rein geht da könnt ihr ganze folgen auf join gucken also egal was ihr von den drei sachen macht am besten alles aber schön wäre wenn ihr eins macht dankeschön tschüss